Musik Der Held wird größer, es wird alles schlimmer. Das Einzige, was mich hält, ist Musik. Ich mache die Musik gern. Wirklich. Sie würde am liebsten fünf Kinder bekommen und einfach ein Happy Family Life haben. Warte, warte. Warte, will ich die Mami? A, B, C, B, G, F, G, H, I, J, K, L. Wie macht die Biene? Wie macht die Schlange? Wie macht Papagei? Papa! Wie ist Lodana? Ich bin 25 Jahre alt. Ich bin Künstlerin, Musikerin. Ich bin ursprünglich aus dem Kosovo. Ich bin Mama. Ich habe eine zweijährige Tochter. Ich habe sieben Brüder und zwei Schwestern. Insgesamt sind wir zehn Kinder. Ich habe sieben Brüder und zwei Schwestern. Ich bin ges darein. Zweitens. Eine Sache, die ich daran luiten tolleakra. Kann so sein,саalæ met die culpa? Ich mache��. Diese Bindung, die wir haben, ich würde wahrscheinlich nie wieder in meinem Leben mit irgendjemand habengone. Das ist auch so krass, das ist so ein Bild, wo die heulen und eigentlich hatte die noch Kotz im Mund, aber das hat sie nicht gemacht. Ich glaube, es gibt immer so einen Menschen im Leben, der so seelenverwandt ist, mit dem man nicht wechseln kann, egal ob wir jetzt getrennt waren oder jetzt vielleicht auch zusammen sind oder auch nicht, ich finde, das spielt gar keine Rolle. Ich glaube, es ist so ein Bild, das ist so ein Bild, das ist so ein Bild. Ich glaube, es ist so ein Bild, das ist so ein Bild. Ich glaube, es ist so ein Bild, das ist so ein Bild, das ist so ein Bild. Dann, als sie alleinerziehend war, die Hetze gegen sie. Und wieso sagt man das zu einer Frau? Ich glaube, da sind Sachen passiert, die sie sehr krass getroffen haben. Sondern es steht einfach irgendwie, ey, du kleine Hure, möge dein Kind sterben. Dein Kind wird eine Hure. Oder du bist eine geschehene Frau, du solltest dich schämen. Ich glaube, wenn ich so einen Kommentar ablassen würde, ich glaube, nein, der würde dann zittern. Das ist Fakt schon übertrieben vielen Leuten ab, vor allen Dingen auch Männer. Ich glaube, ich komme gar nicht damit klar und sage, ey, wie kann das sein, dass die so frech ist? Wie kann das sein, dass eine Frau so selbstständig und so frech ist? Dass sie in ihrem jungen Alter so viel geschafft hat. Ist schon verheiratet, hat ein Kind. So viele Niederlagen eingesteckt hat. Er hat einen Riesenskandal hinter sich. So viele Probleme hatte. Und hat schon so viel erlebt, was andere 24-Jährige einfach nicht erledigen. Was sie halt echt auch immer sagt, so ich bin einfach so, wie ich bin. Ich verstehe mich nicht. Es bin halt ich. Und wenn das für jemanden Vorbild ist, dann ist es für jemanden Vorbild. Aber ich will eigentlich gar kein Vorbild sein. Und in meinen Augen ist sie, auch wenn sie das niemals sagen würde, dass sie das ist, aber sie ist eigentlich nicht die totale Feministin. Es hat wieder zugekommen, ne? Klar, da ändert sich das einfach auch wieder. Ja, weil ich glaube, wir brauchen auch gar nicht zu diskutieren, weil wenn ich jetzt mit Privat reingehe, was ist daran, denn falsch zu verstehen? Ich weiß gar nicht, warum wir darüber diskutieren. Ich bin zum Mut und ich bin einfach da. Okay, das auch schreit mir jetzt.